Frau Rauderwijk, Sie haben zum ersten Mal einen Nikolausritt durch Ostraderfehn veranstaltet. Wie viel Spaß macht es Ihnen? Wir hatten bisher super viel Freude. Also es fing schon am Vereinsheim an, dass da wahnsinnig viele Leute gestanden haben und uns zugewunken haben und ja, der ganze Weg von der Schifferstraße bis hierher hat ja wahnsinnig viel Freude bereitet. Die Reitergemeinschaft, die das Ganze veranstaltet hat, ist noch ein junger Zusammenschluss in Ostraderfehn. Was haben Sie noch alles so vor? Ja, ich bin Pädagogin und ich habe vor kurzem die Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Therapie abgeschlossen. Und absolviere auch gerade noch die Ausbildung zur Heilpädagogin. Und es soll in Zukunft eine Art therapeutisches Reiten werden. Seit wann haben Sie die Leidenschaft für Pferde und fürs Reiten entdeckt? Oh, das war, wo ich ungefähr so sechs bis sieben Jahre alt war. Und wie viele Pferde haben Sie selbst? Sechs Stück. Und die Reitergemeinschaft, wie viele Mitglieder haben Sie zurzeit? Wir sind im Moment so zwischen zehn und 15 Mitglieder und es sind gerne noch weitere willkommen. Und wie viele Pferde haben Sie hier? Ja. Hier, oder? Ja. 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 Ja.